Hallo und herzlich willkommen, ihr seid bei SchleckiLP. Ich bin der Matze in diesem Spiel, der Don Schleck, wie man gerade sehen kann. Und was spielen wir hier? Das ist Rainbow Six Siege im Multiplayer. Und ich bin nicht allein, ich habe noch ein paar Schleckis dabei. Und zwar zum einen den Lars als SchleckiLP. Und den Alex als Tuliska in diesem Game. Genau. Das Ganze hier ist der Start zu einer hoffentlich neuen Serie, hatten wir uns gedacht. Ja, wir machen das Ganze just for fun, nehmen uns dabei auf. Genau. Vielleicht habt ihr Spaß dran, wenn nicht, ist auch völlig okay. Wir sind keine Pros, also erwartet nicht, Hardcore-Gameplay zu sehen. Das passiert manchmal mit ganz viel Glück. Aber ansonsten geht es hier vorrangig einfach nur um den Spaß an der Sache. Genau. Heute Abend sind wir nur zu dritt. In der Regel allerdings zu viert. Genau, weil sonst haben wir noch den Hauke dabei, alias Schleckwort. Der ist aber noch im Anti-Terror-Camp und muss noch ein bisschen üben. Deshalb sind wir jetzt hier in der ersten Folge einfach mal alleine unterwegs und schauen mal alleine zu dritt unterwegs und schauen mal, was wir so reißen können. Was müssen wir überhaupt finden? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich glaube, es ist Geisel, deswegen gar nicht immer viel. Ja. Okay. Was ist die Geisel? Ich glaube, sie ist ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Ich habe eben auch schon Jammer gehört. Ah, hier sind auch verstärkte Wände. Ja. Ja, gut, das ist erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Ja, ja, das ist erkannt. Wir müssen auf die Fenster achten. Hier wird gerne mal raus geschossen. Kamera mache ich eben. Hatten wir die jetzt gefunden? Ne, nur die Feinde, ne? Ne. Nur die Leute. Aber die sind nicht ganz oben, ne? Ich kann das von den Markierungen... Doch, 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 die sind ganz oben, hm. Ja? Durchs Dachfenster müsste man... Sprengladen verplatzen. Ja, ich hoffe, dass Sprengladen sind vier hoch. Ich gucke gleich mal durchs Dachfenster. Also ich habe mit meiner Drohne zuletzt gesehen, dass die da die eine Tür offen haben und dann nur so ein aufstellbares Schild haben. Das kann ich hier ja mit Ash wegbauen. Ja, das ist... Also weg da. Einen habe ich doch schon. Der ist da hinten in der Ecke. Der hat mich mit einem Headshot gespielt. Au, und ich habe... Ach, ich habe halb verletzt. Oh, what? Ja, ich habe auch zwei abbekommen. Unser anderer Kollege ist auch schon weg vom Fenster. Aber du lebst noch, ja? Ja, ja, ich lebe noch. Sprengladung in Position. Jo, wie ihr seht, was ist bei uns? Ja. Ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Achtung, Explosion. Professionell. Seht ihr woanders? Abwarten! Ja, aller Anfang ist schwer. Ist ja noch nicht hier... Soll ich da jetzt runterspringen? Okay, der andere wurde gerade einfach weggemäht. Ja, dann... Es leben noch alle fünf, also wir müssen... Was? Ich wurde richtig hart angeschossen. Ja. Nur noch einer vom eigenen Truppel. Ich mach das mal eben. Kein Ding. Warte. Du hast eine HP, das schaffst du. Ich glaube, der ist links von dir. Ich glaube, der ist gleich hinter mir. Ich wollte gerade sagen, meine Prognose ist, du wirst von hinten gemessert. Da ist er hinter dem Sofa. Oh, scheiße. Ich wollte mich gerade so schön in deine Leiche legen, damit man mich nicht sieht. Okay. Der gute Alte, wir legen uns in die Leiche-Trick. Der klappt sonst eigentlich immer ganz hervorragend. Das ging schnell. Richtig. Ich habe aber auch nie Glück. Ja, viel Potenzial zur Verbesserung. Ja, es ist ja auch immer interessant, eine Lernkurve beobachten zu können. Wer ist da gerade sein Mikrofon hier? Ich weiß es nicht. Ja, ich musste mal im Erdnüsse einfüllen. Das Mikrofon. Ich habe das gerade mal umgesteckt. Dass man schön über den Pummel gerieben hat. Hat jemand Westen? Ja. Alex hat Westen. Sehr gut. Wo sind wir hier? Das ist genau dieselbe Rotze. Ja. Vielleicht kann ich es ja auch mal so ein Lucky Shot. Vielleicht kann ich es ja auch mal so ein Lucky Shot. Vielleicht kann ich es ja auch mal so ein Lucky Shot. Ich muss jetzt einfach mal C4 dran werfen und dann irgendwann... Nein. Oder? Ich schmeiß da mal einen Smoke einfach an. Weil den hört man ja vorher nicht. Das ist eine gute Idee. Das... Oh. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. I did not good. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Ist das runtergefallen? Ja. Kennt ihr diese... Simpsons Folge, wo Homer Simpson über die Klippe springt? Ja. Das beschreibt es ganz gut. Ach Gottchen. Hä? Hä? Wo sind die? Ah, da. Markiert? Ja, alles markiert. Komm bestimmt aufs Dach. Die sind da auch glaube ich alle, wenn ich das richtig sehe. Jetzt habe ich leider keine Kamera mehr. Meine Süßen sind platziert. Hast du gerade deinen Smoke gezündet? Ja, ich musste den neu werfen. Wie gesagt, ich hätte ihn wiederholen müssen ansonsten. Da oben auf dem Dach ist auf jeden Fall einer. Ja, okay. Ich glaube, ich mache mich mal auf dem Weg. Der ist verletzt auf dem Dach. Ich suche nach Feinden! Na, da kommen wir irgendwie grad nicht hin. Warte mal, irgendwo bei Alex ist da einer. Ich habe mit dem C4 das gleiche versucht, was sie bei mir mal versucht haben. Aber ich habe es nicht geschafft. Die kommen über mir. Na, warte. Ich suche nach Feinden. Ja, zwei sind da. Ja. 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 Herzschlag-Sensor eingesetzt. Ich habe einen. Der wollte sich da abseilen. Sehr gut. Also so sensor-technisch sehe ich gerade nichts. Okay, die kommen bei mir hier und machen hier eine Tür auf. Ja, ich komme jetzt mal einfach nach oben. Nützt ja nichts. Ich habe einen gekillt mit meinem Smoke-Gas. Ja, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es kotzen hören. Voll geil. Das ist mir glaube ich noch nie gelungen. Ist der drin? Weißt du das zufällig? Geisel von Gegnern gefahrt. Was? Wo sind die denn? Hier vorne bei mir ist er. Vorsichtig. Ich hebe die Geisel auf. Ich hebe die Geisel auf. Ich habe die Geisel hoch geschossen. Oh, heftig. Ja, guck mal, aber wir sind auch so dumm. Der andere Typ hier, er hat das richtig gemacht. Du musst den dann auch einfach mal messern. Ja, ich habe die Geisel einfach panisch mit ihm zusammen umgeschossen. Ja, wie gut, dass ich diesmal noch so weise war und meine Shotgun weggepackt habe. Päm, päm, päm. Ja. Ja, diese Runde habe ich echt mal überlebt. Ich bin begeistert. Der Typ hat sich da abgeseilt, hat sich sicher gefühlt. Ja, bei mir hat man eigentlich nichts gesehen. Aber das macht ja auch nichts, ne, weil, äh... Also, hier bei uns auf dem Channel, das ist halt eher so Altherren-Let's-Play. Ne, also mit wenig Aufregung, wenig Spannung, damit der Puls auch immer schön gleichmäßig bleibt. Das ist richtig, das ist richtig. Ne, das ist, äh... Darf es auch nicht übertreiben. Also eher so für Ü60 hier. Ne, Gameplay, Ü60, äh... Für jung geblieben. Für jung gebliebene Rentner. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Die Geisel wurde lokalisiert. Ja, gut, dass wir hier ein paar brauchbare Randoms dabei haben. Ja, ein paar brauchbare Dirt's. Ich muss sagen, überraschenderweise... Schade. Rekruten. Ah... Das war... Das hier, hier, hier steht, ihr beide Stolten. Das gefällt mir auch. Geisel, ich glaube, ob wir mal... Geisel gesichtet. Sehr schön. Die Kamera ist schon weg. So, Obacht geben länger leben, ne? Feinster aufpassen. Ja, ich glaube, ich geh ganz oben rein und kämpf mich da nach unten durch. Ja. Wer ballert denn da schon wie wild? Ich? Ich hab Ballert. Ich hab einen Verletzter angeschossen. Ist der da bei dir auf... Ja, umsonst. Was für ne Frage, ey. Hier oben sieht einigermaßen ruhig aus. Ich geh jetzt einfach mal rein. Heftig. War das halt auch von euch? Ja. Ja, ich glaube, Rocky Roots ist da am Abgehen. Mmh. Rocky Roots is running wild. Alter, das ist ja richtig Krieg, ey. Scheiße, die... Die haben sich hier gut verteilt auf der Etage. Okay. Die sind auf der Etage, oder? Jaja, die haben sich hier gut verteilt. Also ich komm hier gerade... Ich bin erstmal festgenagelt. Dann kommst du mir. Geht nicht. Da steht ein Puls und ein Castle im Weg quasi. Vor... Äh... Auf dem Weg zu dir. Und hinter uns kommt auch einer. Holy shit, alter. Der ist die Treppe runter gegangen. Okay, wir sind noch zu dritt, Kameraden. Ich wurde entdeckt, alter. Fuck, ey. Wir müssen uns vorsichtig vorwärts bewegen. Im Keller ist einer. Ja, unter mir ist ein Puls. Genau unter mir. Ja, ich weiß. Da steht er. Der hat sich voll auf mich konzentriert. Heftig, ey. Muss nachladen, kacke. Von wo, von wo, von wo? Ja, ich kacke, weil ich gerade... Ja, aus dem Geiselraum. Ich wollte eine Blankgranate schmeißen. Aus dem Geiselraum dahinten, okay. Genau da durch die Tür, Matze. Ist die da? Ja. Da sind zwei. Die sind aber immer in Bewegung. Da. Nice, alter, nice. Der andere müsste weiter rechts sein. Und ein Castle ist da in dem Raum. Da ist aber noch ein Gegner übrig. Alexander. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott. Das ist also dein Kill und mein Schuss haben sich irgendwie überschnitten. Das ist nur noch einer, der in dem Raum ist. Hat dir auch jemand eine Drohne von euch? Ja, ich mach, ich mach, ich mach Drohne und du rennst gleich rein. Wir haben noch 20 Sekunden. Ja. Der steht. Da. Da ist ein Schild. Der steht hinter dem Schild. Ha, geil! Bravo! Drohne hat Gegner eliminiert. Sauber, alter, sauber. Ja, die haben ganz schön viel Munition auf mich verballert. Schönes Ding, schönes Ding. Nias macht den A-Bot nicht aus. Puh. Ja, mein A-Bot hätte in der Situation versagt, wenn die auf die Köpfe ziehen. Der saß ja relativ sicher hinter dem Schild. Ja, da hat sich aber zur Seite gelegen. Boah ey, meine Herren. Das macht mich fertig, du. Das macht mich fertig. Oh, aber wie schön du Alex noch was weggeschossen hast. Ey, das, das war, ich, ich schieß halt auf die Wand so und in dem Moment sagst du, Alex hat ihn. Und dann BAM und ich sehe nur Friendly Fire. Nein. Oh. Aber der Headshot von mir war auch, der war sehenswert. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. So, Ronny Rooks. Ronny Rooks. Begeglich. Muss jetzt nicht AFK sein. Hier sind platziert. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen wir uns. Ich kann halt nicht schießen, wenn der Teamkamerad steht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Ich verbarrikadiere die Tür. Ich habe den Scheiben oben zerstört oder so. Ich setze mich mal ins Klo. Also die Kamera, die ich im Blick habe, die braucht nicht für meine Smokeladung. Ja, ich guck gerade mal die Kameras durch. Ah, okay, die von hinten ist zerschossen. Ich geh mal lieber wieder auf. Da kommt der erste rein? Ja. Wo steht? Ich warte noch, bis der weiter drin ist. Okay, die haben die Kamera zerschossen. Ich smoke einfach mal auf. Gut Glück. Ah, die haben alle Smokeladung zerstört. Ja, da schießt ein Glatze von draußen auf die Dinger. Auf die verstärkte Wand. C4 platziert. Hat einer von euch C4 platziert? Nee. Aber die Gegner können keine. Also ich habe keine platziert. Ich setze den Herzflachsensor ein. Meine giftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Oh. Ah, warte mal. Irgendwo hatte ich gerade ein Signal. Ah, ist okay. Ich platziere ein Nitro Handy. Die kommen bei mir hier oben. Ich kann mein C4 leider nicht zünden, weil Ronny Rocks im Weg liegt. Und ich kann es auch nicht wiederholen, weil ich dann sterbe. Tolle Wurst. Kommen die oben durchs Dach bei dir, Alex? Ah, zumindest schießen die da durch. Okay. Dann bleibe ich einfach nochmal hier auf Klo sitzen. Ich höre sie schon. Ich hatte eben auch irgendwo ganz kurz ein Herz. Jaja, der Glatz hat mich gekillt. Dieser scheiß Ronny Rocks. Der macht nix. Warte mal. Unter mir ist jetzt einer. Direkt unter mir. Oh, die Geisel ist allein, oder? Die Gegner haben die Geisel. Ja, was ist denn? Boah. Alter. Ich hab das so von der Kamera raus. Der Gegner hat die Geisel ehreniert. Ich hoffe, dass... Ja, okay. Das war Grütze, was wir da gemacht haben. Ja, die finale Runde. Ey, jetzt geht's. Matchball. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Ja. Ehrlich? Diesmal waren wir echt auch im Angriff besser als in der Verteidigung, ja? Oder... Ist mein Hirn schon löchrig und... Es war ganz anders. Ich weiß es nicht mehr. Oh man. So Ronny. Random Ducks sind auch eigentlich nicht schlecht. Ne, das geht. Ja, Ronny hat mich da sehr enttäuscht. Der hätte mir den Arsch retten können, aber der lag da einfach nur und hat... Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Am Handy gespielt. So. Ihr müsst die Geisel finden. Ich hoffe, dass die... Ich hab's auch gerade gesehen. Geisel gesichtet. Nein. Ne. Ne. Ich... Ah, schade. Ich bin eigentlich... Wenn man mich jetzt nicht sieht. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Geisel in dich. Ja, sauber. So Leute, jetzt geht's alles. So. Pack die Würste aus, ey. Passt auf. Ich wurde schon entdeckt. Passt auf die Fenster auf. Zerstört. Du hast nur die Scheibe kaputt geschlagen. Ja. Äh. Okay. Ich hab' nen Hammer. Okay, mach mal. Ich trau' den Braten nicht. Fahr mal dein Schild lieber aus, oder? Geh mir langsam weiter! Das hier ist ne... äh... ...tür. Verstärkte Wände. Bei der Rauch und Klirung und Alex. Muss nicht mehr enquiert. Ich bleib' mal so n... ...wischchen im Hintergrund... ...tür aufmachen! Ja, warte... Hier ist einer, hier ist einer! Da ist der C4! Aaah! Vorsichtig! Ha almost! Aua, ey! Scheiße! Uau! Aschloch! Gehen wir da oben? Gibt's von oben ne Luke? Also die gehen hier gleich durch, ne? Wir sollten vielleicht von der anderen Seite durchgehen bei der Tür. Ich kann die Tür da aufsprengen, dann ist auch die... Ja, spreng die mal auf und ich mach da äh, dann... ich geh da... Ich schmeiß erst ne Flash rein und dann geh ich rein. Okay. Nozzos hat's erwischt. Echt? Ich luke mal eben durch. Okay. Dahinter ist einer. Bei der Theke, äh, beim Tresen gleich. Und ist... Ha! Ich werfe eine Blendgranate. Warte, ich guck nochmal. Vorsicht. Was war das denn? Da liegt einer. Da liegt einer. Von wo kam der? Genau hinter der Theke. Der liegt hinter der Theke. Hat am Schild vorbeigeschossen. Warte, soll ich das Schild wegmachen? Oh mein Gott. C4 alter. Ich hab ein HP. Ich hab ein HP. Ich hab ein HP. Nach ran. Nein, das ist das nicht von hinten. Der... das macht der Ronny eigentlich. Ach, das war ich aber gerade. Durch die Panik, alter. Das war so dumm. Das war so schlecht. Oh Gott, oh Gott. Ich kann da nichts machen. Außer hier auf... Nö, lenkt ihn einfach nur ab. Und gleich messern, wenn der nah genug ist. Wir müssen uns auf der SC4, glaub ich. Oder? Ich hör nichts. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Los, flaschen. 10 Sekunden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Der hätte mir auch in den C schießen können, und das wär's gewesen. Aber Ronny macht doch einfach mal nichts. Der liegt da auch die ganze Zeit rum. Ja, das war jetzt nicht, äh... So toll. Naja, trotz alledem. War ein spannendes Match. Eine gute Runde. Am Ende haben wir ein bisschen abgearspelt, so. Aber egal. Ähm, wir haben's spannend gehalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Ja, eigentlich nur bis zum nächsten Mal. Genau. Alles klar. Bis denn. Haut rein.